Hallo ihr lieben Medvernichterinnen und Medvernichter. Ich bin Hauptmann Feuerschwanz und es gibt gute Neuigkeiten zu vermelden. Sir Lanzeflot hat seinen Helm wieder. Er kann also wieder laufen, saufen und Schlagzeug spielen. Er hat sogar eine neue Technik entwickelt. Die Lauf-, Sauf- und Hau-Drauf-Technik. Ihm zu ehren wurde ein großes Fest organisiert. Und während Sir Lanzeflot noch an seiner Technik feilt, werden wir, das heißt ich Hauptmann Feuerschwanz und Prinz Hodenherz, dieses Fest besuchen und euch mal zeigen, wie dort gefeiert wird. So, wir sind jetzt auf dem Feste angekommen und werden uns einem Pfarrgeschäfte zuwenden, Hodenherz. So, jetzt wollen wir mal sehen, wer hier den Lukas haut. Hauptmann oder Hodi? Der Hauptmann beginnt. So, Hodenherz bekommt jetzt seine erste Zuckerwatte seines Lebens. Schaut mal, wie ausgeregt er ist. Hier Hodenherz, Hodenherz, ein Eis. Noch was Schönes für dich. Schau mal hier. Willkommen auf dem Fest. Ja, ich grüße dich, Hauptmann. Hallo, hier auf dem Fest. Willkommen auf dem Fest. An den Trickkammeraten. Das war also Feuerschwanz auf dem Fest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, wir wünschen euch natürlich wie immer einen heißen Sommer und sagen einfach Tschüss und auf Wiedersehen.